Hi Leute und willkommen zurück zu Star Wars Jedi 4 in Order. Wir werden uns jetzt den Planeten weiter anschauen und wir sollen hier ein paar Mädels finden. Nein, natürlich nicht die Mädels, aber die werden zweifelsohne irgendwann auftauchen. Wir sind auf, wie hieß das Datumier? Hey BD, hilfst du mir mal? Erledigt. Ich wusste, dass du da reinspringst. Okay BD, das ist es. Okay. What? Hab ich nur dies unten. Hä? Hab ich unten eine große Tür nicht gesehen? Da. Oder was meint ihr? Aha. Ist doch nicht das, ne? Ne. Hä? Wie, das willst du nicht scannen? Nochmal. Hier. What? Da kann man auch klettern. Hä? Warum? Na, ich bin nur zu dumm. Doch nicht dumm. Andere Seite. Au. Doch, dumm. Sag mal. Das wird dann wahrscheinlich später der Ausgang sein. Die Zephu waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst deine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datumi ist für dich verboten. Los, verschwinde! Na ja, das geht leider nicht, aber... Vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, warte, ich bin nicht hier. Vasi! Seht mal dort. Brüder, helft mir! Ein ordentlicher Treffer. Das sind die... Ach, wie heißen sie? Aus Episode 1. Darf Maul zugehört zu der Rasse. Und ich glaube, die kommen... In der Clone Wars animierten Serie landen die irgendwie hier. Und bekommen dann Hilfe von den Schwestern oder so. Sind die wirklich tot? Ist ja... Sorry. Ja, der Stürz könnte tödlich gewesen sein. Da. Noch mehr Nacht, Brüder. Ich hab' den Schwestern getroffen! Brüder, helft mir! Und der Stürz... Ah, nee, das war so... Die eine Hälfte von dem Planeten wird von den Schwestern bewohnt und die andere Hälfte von den Rüdern... Du weißt, dass du nicht gewinnen kannst. Deine Niederlage ist sicher! Ja, als wenn du da... Du bist schwach, Fremder. Dieser Abschuss gehört mir! Stimm zu mir, BD. Jetzt, wenn ich mich jetzt heilen muss, weil er sich nicht runterwerfen lässt, Alter. Ist denn hier kaputt? Diese Tür bewegt sich nicht. Okay, das versuche ich. Das geht nicht. Ich war am Seil dran, ich schwöre. Ich weiß. Ist jetzt frech. Versuchen, irgendwas zu skippen. Aber... Trotzdem. Ey, das sieht halt mega so aus, als wenn man hier... Ich nehme an, ich muss jetzt hier komplett einmal so rumlaufen, bis ich hier auf der anderen Seite rauskomme. Es sei denn, ich schaffe das irgendwie dahin. Er zieht das Kabel aber nicht. Ich save irgendeinen Speedrunner, der wird um diese Ecke rumspringen. Deine Niederlage ist sicher! Aha. Dann komm mal her. Du musst noch herkommen. Komm. Hallo. Dein Ende naht. Ja. Verhindert, dass er sich besitzt. Vorhücken, näher ran. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. 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 Blödsinn. Ich hab von letzte Menschen und ich hab' schon schlimmeres ange... Ich werde diese Krammer auf Distanz halten! Ich hör' dich BD. Zeig mal. Was ist das? da war wirklich was drin renn fahrer vielleicht sollte ich das killen dass ich auch macht zurückbekomme wenn ich mich heilen ja hat er dann aufgeladene also näher kann ich jetzt wirklich nicht gehe ich wieder noch mehr seid vorsichtig brüder ja komm du fürchtest unsere stärke zu kurz komm runter fremder ja 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 Ah, doch. Ach so. Hä? Wollt ihr den Bogen scannen und erst diesmal? Sehr gut. Ok. Okay. Sonst ist hier nix, ne? Nicht, dass ich irgendwie einen Kletterweg verpasst habe oder sowas. Ne. Ich muss einmal hier in so einem riesen Kreis laufen. Ich muss einmal hier in so einem riesen Kreis laufen. Ich muss einmal auf die andere Seite. Okay. Was ist das? Das wird bestimmt auch irgendwie ein anderer Shortcut sein, oder? Naja, hier gibt's was zu holen. Bitte, 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 bitte. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert, nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte, hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der... ...vergangenen Kulturen und... ...toten Philosophen. Ist das die Schwester der Nacht? Oh. Ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, ...als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Hä? Bin ich jetzt zu kurz gesprungen? Oder bin ich einfach zu doof zum... ...bring? Ja, zu doof zum Springen. Auf ihn! Drei-Fach-Kill. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Ach, fuck. Sterf! Verrotte im Summ! Aha. Ja, natürlich. Alter. Alter. Beschwörig. Beschwörig. molemmelser. Hmm. Oh. Fuh. Wir haben guys geshert. Wir ten jälic, Mann, was? Oh. Okay. Erstmal ausruhen? Ja, ja. Fähigkeiten. Ja, ist mir schnuppe. Ist mir auch schnuppe. Jetzt brauchen wir nochmal den restlichen Punkt. Gut. Die werden wir hier bestimmt locker bekommen. Hier geht mich halt. Du gehst keinen Schritt weiter. Tritt zur Seite. Nein, er hatte Recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass hier auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Sie bekommen Ihre Rache. Nej, Ihre Danke. Noch mehr, Untote! Verlasse diesen Ort! Ah, guck, da unten wären wir bestimmt gar nicht langgekommen. Zum Glück habe ich auf die Karte geguckt. Du wirst für ihren Tod bezahlen. Das ist bei dir falsch. Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Wenn ihr Krabler seht, schlagt sofort zu. Ich habe gesehen, was aus ihren Leichen kommt. Du meinst das Gift. Es brennt ziemlich übel. Hi. Ho. Das Ding haben wir oben schon mal gesehen. Hätte man da runter hüpfen können, so. Der Fremde! Sorge! Und? Nee, kein Level-Up. Und? Dieser Kampf gehört mir. Irgendwas musste noch kommen. Das war zu einfach gerade. Du wirst sterben, geh dich! Na? Will mir noch nicht. Ihr wollt mich doch... Ihr wollt mich für alle sein. Ich hab's gewusst. Nö? Äh. Ja! 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 Hier wurde jemand gejagt. Ja! Ich bin hier. 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 ein aufdringling und der idiot fällt schießt weiter und ich komme dann irgendwie rüber ich schwöre und 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 Das halt. Das können doch du. Das sind Opfer, um ein Exempel zu statuieren. Das ist ein Verkauf, das ist ein Verkauf, der sich herausfühlt. Das ist ein Verkauf, das ist ein Verkauf. Das ist ein Verkauf. Das ist ein Verkauf. Hm. Dann da. Okay. Ja, weite Bewegung. Hier müssen die Nachtbrüder leben. Dadurch? Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt. Es ist der Fremde. Hat die Brücke runtergelassen. Ja, ja. Schieß mit normalen Schüssen. Normale Schüsse, habe ich gesagt. Ihr macht nicht den normalen Sprung. Ihr macht gleich diesen Doppelsprung. Warum? Hallo? Mach den normalen fucking Sprung. Danke. Haha, getrickst. So, jetzt will ich mal wissen, wie wir hier irgendwo laufen können. Haha, dann nicht. Hatten beigeladen? Irgendwas interessantes? Schade. Ich hatte gehofft, wir schaffen mal ein Gebiet in 30 Minuten komplett durch, aber hoffen zerstört. Oh, guck mal, da ist noch was. Da ist noch weh. Nein. Kann man hier was machen? Ich glaube nicht. Nein. So viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Ja. 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 Das ist noch so ein Ding. Hä? Hä? Ach so. Schlicht mich, wo er schon tut, am Boden liegt oder was? Und der buddelt sich im Boden ein. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Ja. Ja, ich hab genug getötet von denen. Die sollten mich mal langsam akzeptieren. Die sind so etwas auch. Ich hab mich noch über das Geld gesteckert. Ich hab das Geld gelohnt. Ich hab den aufgeteilt. Du bist noch weg. Ich hab den aufgeteilt. Sie würden so gut gekümpft haben? No, no, er schubst mich da echt runter. Was ist mit dir kaputt? Die machen einen immer damage, wenn die noch umfallen. Was ist mit dir kaputt? Was ist mit dir kaputt? Was ist mit dir kaputt? Hört ihr mal auf, meine Macht sollte brechen. Kann aber nicht sein ey. Das Schiff ist abgestürzt. Es war vor irgendwas auf der Flucht. Hey, BD, hier drin. Was hast du da? 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 Aha. Ah. Ich kann auf der einen Seite klettern und auf die andere. Was hast du da? Was hast du da? Was hast du? Das Ding sieht nach Ärger aus. Was hast du da? Was? Da erwartet dich? Da erwartet dich nur der Tod. Ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen. Und das Ende von dem Part. Ciao Leute. Was hast du da? Was hast du da? Was hast du da?